Hallo und willkommen zurück. Wir befinden uns immer noch bei der Prüfung von Joe und hier hinter Clay wartet schon die nächste Prüfung, die kenne ich sogar soweit schon, oder was heißt soweit schon, also ansatzweise es ist ein Labyrinth und da wird jetzt gleich ein EP-Orb rauskommen und den müssen wir hier hinterbringen. Der muss hier hinter, der muss dahin. So, müssen wir hier durch, wahrscheinlich ist dann hier der Auslöser, das heißt wir müssen mit dem Orb hier her, dann hier durch, da rüber, hier rüber, hier lang und da lang. Und so wie ich den Joe kenne, wird das nicht ewig unten bleiben. Wo müssen wir lang, wir müssen hier lang, da lang, da. Da. Okay. Okay. Ah, da. Huch, das ist lustig. Ne, das ist schon falsch. Das ist eine interessante Erfahrung. Also, EP-Kugeln auf die Art und Weise zu verwenden, da müssen wir hin. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ach so, die müssen, ja, die müssen da runter. So. Äh, komm. Ja, das habe ich mitgedacht. Hm? Geht dann da hinten eigentlich auch runter? Ne. Das heißt, wir müssen vorher noch da hin. Oh Gott. Aber wir müssen jetzt eigentlich, haben wir jetzt einen Zeitdruck, dass wir da durch müssen. Okay. Ähm. Oha. Okay. Bleibt doch so lange offen. Das war's schon wieder. Mal gleich wieder zurück. Zum Glück bleiben die fünf Minuten. Bevor sie disbornen. So. Haben wir das schon mal geschafft. Zack. 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 Schwirt. Oh Gott. Das ist da drüben. Okay. Ähm. So. Durchschnaufen. Und. Weiter. Weiter. So. Nein. So. 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 Ah. Was ist das? Okay. Tonleitern. Was steht da? Untersuche diesen Raum gut. Uhr. Ingeklang. Das ist nichts. oder? Was ist das? Das ist das? Das ist das. Das ist das. so nein nein okay oh okay das ist der drüben ist der timer okay all right um 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 Nein! Eieieieiei, okay. Nochmal. Und jetzt ein Stück schneller. Spannend. Spannend. Ooooooh! Ooooooh! ja da darf man sich kein fehler erlauben so ach komm ernsthaft das war ja jetzt da kings hat es gerade okay das war jetzt doof außenrum zu laufen das war jetzt echt doof ja das war es schon wieder ich kann mich wieder bereitstellen ok zwei sekunden 2 4 6 18 12 14 16 18 22 26 so zack 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 so einfach mal warten also eben sah es ja schon ganz gut aus müssen wir so einen kleinen ticken schneller werden und uns nicht verkünden so 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 so so ja doch rr rr so 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 ok das war doof das hat uns wieder wichtige zeit gekostet ok das ist natürlich auch eine variante ok jetzt wird es doch wieder eine zeit werden ja ne na ne so wird das auch nichts weis sch te sick steck Das wird wieder nichts. Ah. Das wird wieder nichts, nee. Ok, noch die... Ich muss noch die richtige Technik herausfinden, dann geht das. Sek, 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 Sek. Oh, jetzt erkennt es aber. Also das war jetzt, wenn ich mich, ich habe mich kurz wieder einmal verhaspelt, das muss klapplaufen. Jetzt aber. Zack, 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 zack. Ernsthaft? Also das war jetzt eine halbe Sekunde. Das war jetzt eine bittere halbe Sekunde. Das ist jetzt sowas von klappgelaufen. Oh, jetzt. Oh, in Tetzala. Äh? Äh? Das war fertig. Ah! Okay. Ich habe nichts gesagt. Prüfen? In einem Raum aus Diamanten. Gold, Stein, Holz, Schnee, Quarz, Erde, Netherite, Eisen, TNT, Granit, Grosmarin, Glorstone, Kohle, Wolle. Steigt, geht, schwimmt, wirft, fällt, setzt, rennt, springt, liegt, setzt es zweimal drin. Kriecht. Ein Stein, eine Fackel, ein Boot, ein Schwamm, Kappel, Sets, Link, Dia, DNT, Netherite, Sterbe, Erneut, Pirbys, Redstone, Netherstone, Netherstone. Dreck-Block. Ein Dreck-Block. Vor, rechts, neben, links, neben, hinter, auf, unter. Die Dreck-Block, Stein-Block, Gold, Block, Eisen, Holz, Command, Redstone, Tabel, Spro, Notenblock. Und beide Lampen gehen aus, beide Lampen gehen an, die linke Lampe geht aus, die linke Lampe geht an, die linke Lampe geht aus, die linke Lampe geht aus, die linke Lampe geht aus. Die rechte Lampe geht an, die rechte geht aus. Okay. Ich weiß was es ist. Ich sage mal rechte aus. Dann in einem Raum aus Gold, Feld, ein Redstone, linksneben, Cobblestone. Prüfen. Haha. Oh, wieder ein Lappelkant. Hä? 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 Halt, Moment. Da sind verschiedene Türen. Da sind verschiedene Türen. Da sind viele Türen. Da sind viele Türen. Gut. Ähm. Ich bin gerade etwas überfragt. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald. Und... Ja? 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 Ja?